wollen wir mal ach so falls du token hast nur dann token aktivieren habe ich gerade schon danke ich war jetzt erstmal ja schauen wir mal wie es heute abend so läuft die gelegenheit würde ich mir gerne mal oben die brücke den damm also den ehemaligen damm mal angucken ja aber naja gut wir werden noch überall hinkommen obwohl wir waren auf der alten map ja auch schon auf sachen wo wir noch nicht wo wir auch dann irgendwie erst spät zum ersten mal waren ja ihr solltet euch aufwärmen der einsatz geht bald los w 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 Der Feind springt über dem Gebiet ab, auf den Händen. Pew, pew, pew. Das war genug vorgeplänkelt. Jetzt fühlt das ernst. No. Oh. Ganz aus, weil sie sie. Mhm. Mal gucken, wie es da so ist. Das ist der überhaupt höher, ne? Wollen wir denn nicht lieber bei der Polizeistation und dann wieder runterlaufen? Ja, und dann... Ja, kommen wir auch. Und das... Was denn? Und los. Was wolltest du grad sagen? Ja. 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 Es wird aber auch ein bisschen Schwamm, also so ein bisschen ja schwer zu beschreiben. und schärfer hilft es vielleicht also manche situation also einfach hier wäre noch ein wiederbelebung skit hier kannst du auch noch eins nehmen der belebung auch sorry oder der mit der krone ist hinten bei der polizeistation wo wir gerade waren ja lass uns mal hier links so ein bisschen hoch damit er nicht höhenvorteil hat oder die nicht höhenvorteil haben oder zumindest mal nicht so krass weil die werden ja dann vielleicht auch hier lang kommen readyhausen erstmal da oben stimmt in der zone werden sie ja oh Das legt sich jetzt ja nicht so wirklich weg, ne? Das ist die Frage. Wollen wir gucken gehen oder nicht? Wollen wir stehen und warten ist ja auch nicht so, oder? Wir können jetzt nämlich dann auch von hinten ran. Mal gucken, ob wir sie da so kriegen. Okay, jetzt ist sein Ding zwar weg, seine Krone zwar weg, aber... Auto? Fahren die vielleicht weg? Ja, wahrscheinlich fahren die weg. Ausgestiegen. Oh Gott. War das schlecht. Hier vorne drin. Hat keine Rüstung mehr. Das bloß nicht, wo der andere ist. Gott ist die Sniper-Scheiße. Ja, jetzt laufen sie nach rechts. Sind jetzt hinter dem Baum praktisch. Ja. Zeig mal. Ja. Ja gut, jetzt sind sie weg. Sie sind jetzt praktisch in den Tunnel oder in die Garagen unterhalb vom Dings gefahren. vom Flughafen. Vom, vom Flughafen. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Hast du noch Platten? Ich werde von irgendwo noch geschossen. Eine habe ich noch mehr auf. Ich werde von irgendwo noch geschossen. Von den Neu-Sender? Irgendwo? Ich gehe in die Brücke. Ja, jetzt werde ich die Brücke markieren. Ja, dahinter. Ah ja, dahinter das Haus. Da ist ein Sniper drin. Und wie kann er mich denn sehen? Naja, okay. Gott ist die Scheiße. Da vorne war auch einer drin. Bin unterwegs! Ist jetzt noch dahinter? Ich glaube, ich bin links hinter der anderen jetzt gewesen. Was ist denn dann? Unser Team ist in der Sicherheitszone. Auf deinem Haus. Hinten in dem. Jetzt rechts. In dem Haus. Er ist K.O. Er ist down. Ja, der ist hier hinten am Zaun. Gott. Hatte der noch um die Platten da liegen? Ja, der unten hat er auch noch welche. Hallo, Herr... Gottes Willen. Hallo, Yamazi. Im Chat. Hat er gerade geschrieben. Ob er noch mitmachen kann. Wir warten gerade noch auf Bekannte. Die werden vielleicht bald kommen. Dann schauen wir mal. So, äh, was brauchst du denn noch? Brauchst du mal irgendwas? Ich hab jetzt erstmal alles. Alles. Was hast du denn jetzt hier? Ohne. Brauche Aufklärung bei meiner Position. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Hinter uns kommt noch einer. Da, wo wir gerade waren. Ach, vielleicht ist einer runtergekommen mit... Ein falscher. Achtung, Drohntreibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ja, das ist einer von den beiden. Hat Hit. Ist praktisch auf die rechte Seite von den beiden gelaufen. Also von dieser Reihe. Oh Gott. Ist tot. Trotzdem schlecht. Das Glas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Jetzt haben wir ein bisschen Zonenglück heute, wa? Guck mal, sogar ein paar schöne Blümchen hier, wa? Ja. Vorher nicht so. Nee, nee, nee. Ja, so ein Glück. Müssen wir auch mal haben. Blümchen sind wichtig? Erfreuen das Leben. Derne, der wir dann auf jeden Falle. Erfreuen das Leben. Erfreuen das Leben. Erfreuen das Leben. Erfreuen das Leben. Wenn ich die Drohne dann ziehen sollte, achso. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Und hier ist niemand, weder im Storage-Town noch hier auf der anderen, das ist ja unglaublich. Oh, hier ist eine Munitions-Dings. Seit wann steht denn sowas in der Tankstelle drin? Achtung, Drohnen-Treibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ich meine, klar, wir sind in Russland, aber trotzdem. Ich meine, klar, wir sind in Russland, aber auch hier. Ich bin in Russland. Ja, ich bin in Russland. 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 Okay. So, wie viel sind denn überhaupt noch? Wieder relativ viele, oder? Ja. Lass uns mal hier zum nächsten Shop und dann gibt mir mal noch dein Geld und... Dann kaufe ich mir noch eine Drohne. Das hier alles noch nicht gelootet ist, oder? Hier keiner war? Ah ja. Ja, ist auch genau hier runtergekommen. Ist hier drin? Oh Gott, war das schlecht. Ich hab heute noch gar keinen gedötet, ne? Ist nicht meine Runde. Kommt noch. Gehen wir hoch, oder? Ich wollte jetzt mal oben ein bisschen gucken gehen, ja. Außerdem, da gibt es ja dennoch Kopfgeld. Dann können wir das gleich mitnehmen. Gucken, wo hier noch einer ist. Das Gas kommt. Kopfgeld zielgesichtet. Schnappt es euch. Siehst du? Ja. Ja, bei der Tankstelle da irgendwo. Ja. 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 Erlebst du mich? Okay. Okay. Ich hab Glas später angehört. Geh zurückziehen. Geh okay. Ohne Aufklärung bei meiner Position. Drohne erreicht... Okay, siehst du ja dann, ne? Ohne Aufklärung bei meiner Position. Ja. 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 Um Ausgang zu an. Ja, ja. Hier bei uns auf dem anderen auch. Kletter doch da rauf. Feindliche Drohne über uns. Bleib du mal oben. Guck mal bitte auf dem Dach. Weiter. Das ist jetzt eine Geisterstadt. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Fünd mal deine Drohne bitte. Verhebt deine Ausrüstungslieferung. Verbündete Drohne ist in der Luft. Okay, die beiden da sind da immer noch. Gucken wahrscheinlich auch immer noch hier. Von links irgendwo. Scheiße. Ja, wir haben auch etwas weiten Weg dann, ne? Für uns. Mhm. Dann lassen wir uns mal hier so links lang und dann runter. Ja, und jetzt müssen wir laufen. Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Wenn es geht, kauf dir noch eine Drohne. Ohne Aufklärung bei meiner Position. Ja. Ja. Hecht's von uns. Der kommt auch hinter uns gleich. Nur noch 25 übrig. Ach Gott, war das scheiße. Ach Gott, nicht gesehen. Ist egal, lauf weiter. Der ist K.O. Ja, einer hatte ich auch noch nicht K.O. Hast du ihn? Ja, war K.O. Hier müssen aber mehr sein. Ja, da hinter der Kiste noch. Der ist tot. Ja, jetzt sind hier gerade mehrere gestorben. Genau. Ach. Ach. Ja, ja. Geht's? Ja. Ja. Das Gas breitet sich aus. Wir sollten in die Sicherheitszone. Starte mal Drohne. Verbündete Drohne ist in der Luft. Radarsuche wird gestartet. Wir versuchen mal hier ins Haus reinzukommen. Wir gehen in die Richtung. Und macht Tür zu dann. Mann ist das wieder aufregend. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Super. Der hat er getroffen. Der Feind nähert sich. Ja, jetzt kämpfen wir glaube ich das hin. Wir müssen den feindlichen Verfolgern entkommen. Gute Arbeit. Guck nur davor. Da können auch welche von oben kommen. Nur so als Info. Ja. Hört sich auch gerade so an. Ja, hier vor uns auf dem Dach sind wahrscheinlich welche. Oder unten, das weiß ich nicht. Ich glaube die sind auf dem Dach. Hört sich dann an. Ja. Oder unten. Fuck. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird weg. Wir müssen. Wir müssen. Wir müssen. Hinter uns, hinter uns! Ja! Geil! Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, soweit war ich doch gar nicht. Ne, ich war jetzt auch grad. Ich dachte, scheiße, wo sind denn die anderen noch? Okay, der eine, aber wo sind die anderen? Ja! Ich hatte ja vorher auch, war ja auch einer schon um den Pfosten. Den hatte ich dann ja auch schon gemacht. Wo sind die ganzen anderen noch? Das war gut. Das ist ohne Gulag, ne? Ja, komplett ohne Gulag, ja. Oh Gott, wer wird das Michael erzählen? Er wird's sehen. Oh. Naja, aber vier Abschüsse, acht, ist doch gut. Ja. Das kam jetzt doch so im Platz. Das kam jetzt so im Platz. Das kam jetzt wirklich, ja. So, unter Option kann ich das, glaub ich, gucken, wegen den... Jo. ... Audio? Äh, ach ne, äh... Gott. Also ne, geh mal oben rechts, äh, äh, da wo Freunde sind. Ja. Dann auf Party oben. Party. Ja. Und mich anklicken. Ja. Und dann stumm schalten, dann siehst du oben... Ich weiß nicht, ob das was bringt. Gucken. Okay. Ich bin mal auf Toilette schnell. Ja. 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 behavi Ja. Vielen Dank. 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 Warum? Warum? Wir dachten eigentlich, Ja? 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 Und... Ja? Nee, die... Ja? 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 Ja, Ja? Ja? Ich habe ihn erledigt. Ja, ich habe ihn erledigt. Ja? 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 War wohl gut? Ja, die... haben sich... Auf jeden Fall gut auf uns angestellt. Hör zu, Soldat! Wenn du hier gewinnst... Ich hab' den Eintrotz nur nach oben gehst. Aber wenn du verlierst, hör'n aus. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat! Wat? Leck! ...dich zurück zur Basis. 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 Oh Gott! Oh Gott! Mmh? Ja, man kann leider nicht immer gewinnen. Nicht? Nee, dго goat ich auch nicht so viel Spaß macht. Also ein paar Mal wäre schon. Du hast jetzt drei, ist das nicht ein paar Mal? Nein. Ihr solltet euch aufwärmen. Der Einsatz geht bald los. Das war gleich die erste Runde, die ihr gewonnen habt, ne? Ja. Ja. Das heißt, besser wird es nicht mehr über die Hand. Wir haben gehofft, dass wir vielleicht mehr als die ersten Spiele spielen können, weißt du? Mhm. Ja. 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 Das Aufwärmen ist erledigt. Legen wir endlich los. Ich finde übrigens die Pistole, die halbautomatisch schießt, gar nicht so schlecht. Ja. Und los. Und los. Hm, also zur Polizeistation scheinen zwei Teams zu gehen. Obwohl die einen drehen, glaube ich, gerade ab. Okay. 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 ich glaube wir gehen gleich runter ich habe dann schon wieder wie sieht es bei euch mit platten aus ich habe zwei in reserve weil ich hätte sonst so eine plattenküste wie viel hast du in reserve ich habe eine ja dann mach auf dann lohnt es ist das kommt Ich bin unterwegs. Hier ist noch eine Route. Hier ist ein... Nee, das will ich nicht. Ja, dann gucken wir doch mal in die Bonker rein, die noch nicht überwachsen sind. Ja. Ja, genau. Genau so sollte das laufen. Ja, wo ist denn der Eingang? Kein Eingang mehr. Da würde man doch jetzt nicht nur vorne reinkommen. Sieht so aus. Oh, okay. Sturmgewehr lokalisiert. Hier drüben ist Panzerung. Ja, wir gucken mal weiter. Oder wollen wir uns ne Dings holen? Das war jetzt ein bisschen scheiße wegen offen. Ich würde laufen. Wenn. Ja. Da kommt man gleich ne Drohne mit. Da hinten sind welche. Ja. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Mach hier's, ich geh. Wer ist K.O.? Sind die denn? Ich seh die gar nicht. Ja. Der wird jetzt wieder belebt. Achso, du bist oben drauf. Deswegen. Achtung. Drohnen Treibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Ja. Er hat auch ein Sniper. Einer tot. Warum schießt du auf mich? Schon wieder? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheiten. Oh Gott, war das scheiße. Hier hinten. Ja, hinten rechts rum. Ach du scheiße. Ich bräuchte Hilfe. Du bist jetzt im Gulag. Kämpfe um erneut Eingesprung zu werden. Der Kampf ist bereit. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war's das nicht. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. So, wie sieht's da aus? Ich hab keinen von denen gesehen, die euch getötet haben. Ich bin da jetzt im Tower oben. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Hier bei mir. Ich weiß nicht, wo der Hammer hängt. Ja, also. Ja, ja. Hm. Ja, die sind zu zweit. 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 Das ist das Grüne. Ich bin ganz kurz AFK. Ja. Ja, die sind zu zweit. 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 Die sind zu zweit. Ja, die sind zu zweit. Ja, die sind zu zweit. Ja, die sind zu zweit. Ja. Weil, dass und wieder hier ist auch wenn das je hin kidnapped sind, egal, wenn das gar nicht wäre und dann halte. Vielen Dank. Damit das Stream auch irgendwas hat oder das Video. Achso, meinst du? Ja, wir müssen jetzt irgendwas singen. Wir müssen Pausenmusik einspielen. Dann wirst du wohl singen müssen. Spezielle Wünsche? Ja, ich nehme jetzt Musikwünsche entgegen. Entfalte dich vollkommen. Nee, so nicht. Was hattet ihr denn gerade für eine Waffe mit diesem komischen grünen Zeug, was da rauskam? Ja, halt irgend so eine... Black Ops-Waffe wahrscheinlich, ne? Nee, irgend so eine Kistenwaffe, halt. Okay. 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 Ja. Was geflogen? Ja. Also nicht aus dem Spiel, aber aus der Lobby. Habe ich aus Versehen Zweier? Keine Ahnung. Ich hätte echt gedacht, das ist Marco. Und wie hieß der andere noch? Christian, ne? Chris? Der Krischi, genau. Der Krischi. Wollte wiederkommen. Hat wohl nicht so Spaß gemacht, Gäste. Hm, wo dran ist, wo er lag? Wir spielen Diablo, ne? Diewehr ist mit ein paar Zielübungen. Der Einsatz wird mein Schluss. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Der Pfeil springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Du siehst dran, ne? Wieso, beim letzten Mal hast du ja gut ausgesucht. Oder erfolgreich ausgesucht. Versuch uns da nochmal. Kurze Runde? Vielleicht wirds auch ne lange Runde. Klammer Ärmel hochkrampeln, das wird bestimmt lustig da. So viele sind doch gar nicht mehr im Flugzeug drin. Naja, ne ne. Wenn jetzt aber alle 20 dahin gehen, dann wirds trotzdem lustig. Trotz eng. Und los. Was? Bei mir leider immer noch so Rene mit abgehackten dann. Was? Habt ihr was gesehen? Nein. Nö. Was? 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 Wo liegt das Scharfschützengewehr oben drauf oder was? Was? Ne, hier unten im Haus. Ne, hier unten im Haus. Was? So, im Haus. Meins oder? Ich bin, was ich hatte hier im Haus. Ne, okay. Mal gucken. Mal gucken, unten rechts oder links. Warum? Ne unten. Hast du? Ja. René, willst du das? Wenn du schon da stehst und du es möchtest, dann kannst du es auch nehmen. Ne, ich möchte es eigentlich nicht unbedingt. Unten ist es. Hier ist ein Sturmgewehr lokalisiert. Da ist einer. Wo? Noch einer. Von links und von. Oben ist K.O. Oben ist K.O. Oben ist K.O. Oben ist K.O. Dann ist noch gerade durch. Noch einer von links. Ist K.O. Der ist K.O. Alle K.O. Alle K.O. Puh. Ich mag die PPSH auch, ne. Das Gas nähert sich dir. Habt ihr alle gelootet? Ja. Ja. Hat der einen Herzschlag-Sensor gehabt? Nein. Was ist ja eins. Alle K.... ... Ne. was ich ja so ein bisschen so ein bisschen witzig finde ist, dass da wo die verlassenen Busse rumstehen oder auf der alten Map rumstanden stehen jetzt auch Busse rum nur sehen die anders aus weißt du, was ich meine? ich weiß, wie lange die da schon stehen ich naja, rein Story-mäßig ist das ja aber auch logisch jetzt ist da oben die Bombe losgegangen jetzt werden sie halt sofort evakuiert ja klar und darum ist ja alles leer und dann steht der Bus halt auch immer noch da wo er vorher stand bloß halt, ne heruntergekommen ich hab noch ne Munitionskiste übrigens fällt mir grad so ein danke 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 ich habe noch nie fenster reich im ersten haus hier vorne und jetzt auf der strafe guck machen oder oben bleiben wir müssen ja dann runter leider wegen der zone oben immer noch doch waren zwei teams so hat zumindest aus ja und los geht's so kannst du diesen mist kerl jederzeit zeigen während du wartest leidige oder polier in den tag mit einem geworfenen stein so wartet nur bis du an der reihe bist sei bereit der ist oben im haus rein danke wenn du hier gewinnst geht es wieder an die front aber wenn du du bist ein soldat zeigt diese misst herr der tod kann auch warten Oben im Fenster. Ja. Naja, hätte ja ne. Ja. Was ist hier? Okay. Kann mal jemand pingen bitte? Warum sucht er in letzter Zeit eigentlich die raus, die nicht in der Zone mehr sind? Boah! Ach, leck mich doch am Arsch! Ich glaub, der ist grad gar nicht da, oder? Mir klingt so, ne? Ich bin Passagier. Ich komme mit. Ich habe hier bloß grad das Fenster aufgemacht, weil es hier echt ein bisschen stickig drin war. Äh, nochmal spielen mit Party hier. Ja. Wie gesagt, wir brauchen irgendwie Einspielmusik für die Wartezeit zwischen den Karten. Ich habe dir doch eben schon mal gesagt, dann fang an zu singen. Ja, und ich habe dich gefragt nach einem Wunsch und du hast nicht darauf reagiert. Helene Fischer atemlich. Nein. Du hast nach einem Wunsch gefragt. Nein, es gibt Grenzen. Außerdem, ich habe ja von Musik gesprochen. Achso, okay. Das stimmt allerdings. Und da gehört Helene Fischer dazu, zu den Grenzen? Ja, eindeutig. Okay. Der Feind nähert sich. Wir warten auf den Einsatzbefehl. Zeit zum Aufwärmen. Außerdem befürchte ich, dass ich da nicht so textsicher bin. Verstehe ich gar nicht. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Es geht ins Kriegsgebiet. Äh, Micha, ne? Ja. Battle Royale. Okay, Soldat. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Gas nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Der Factory war, ach doch, ne, da sind wir mal durchgelaufen, ne? Hm. Und los. Da gehen noch welche hin. Links weiter gelandet. Aber auch schon hier in dem, in den Häusern. Ja. Links in dem Großen da. Ja. Ja, bei mir ist einer im Haus drin, oben. Ähm, wir sind im selben Haus und ich glaube, oben bin ich. Ach so. Die haben jetzt aber nicht die, ne, die Schuhe, die Schuhe. Die schießen auf jemand anderen, ne? Einer ist hier vorne gleich. Er rundet dich gerade. Hatte Rüstung, ne? Noch eine, er hat... Ihre Rüstung ist weg. Einen hab ich, eine... Hä? Na ja, Susi, sorry. Sind zu zweit. Der Kampf ist gestartet. Na ja. Na ja. Ich bin bereit. Du bist als nächstes dran. Hör zu, Soldat. Wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front. Aber wenn du verlierst, ist es nicht auf. Zeit, deine Freiheit zu verdienen. Der geht unten ins Haus ran. Danke. Ich bin bereit machen zum erneuten Einsatz. Bin unterwegs. Das Gas kommt. Teammitglied kehrt ins Einsatzgebiet zurück. Wir können eigentlich gleich zur Polizeistation, wenn ihr's noch schafft. Aber ne, ihr seid schon zu nah, ne? Ne, ich kann noch zur Polizeistation. Ich bin auf dem Boden. Wir kommen dann gleich rüber, Susi. Ja, ich loot hier schon mal, ne? Genau. Aber hier waren schon welche drin. Können man da woanders warum? Ok. Genau. Ich habe gerade versucht, den Nickname von dem Typen, der Zeitüberschreitung hatte zu lesen, aber es ist mir nicht gelungen. Da drüben sind welche, auf der anderen Seite. Wo genau? Kontakt! Okay, gehen wir hin! Alle drei, oder? Ich habe nur einen gesehen, aber... Ne, zwei, einer ist da auf dem Hausdach. Ja, ich glaube, er hat mich gesehen. Ja. K.O. Der auf dem Dach. Wollen wir Druck machen, oder? Ja. Der wird wiederbelebt. Susi, ich schmeiße dir mal hier noch eine Platte hin. Ja. Oh, Gott, das will. Oh, jetzt kommt der hier nicht hoch, oder was? Die sind oben am Bunker jetzt. Also, da habe ich einen gesehen. Kann auch sein, dass der zum anderen Team gehört. Wer schleicht da rum, rechts vom Bunker? Hier ist Striker 3-1, alles klar. Luftschlag im Anflug. Schüsse daneben. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Haben die sich jetzt verpisst, oder was? Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, sieht ja so aus. Da drüben. Bin unterwegs! Hä? Da hinten? Ja, der läuft jetzt nach da weg. Bin unterwegs! Einer. Oh. Werde hier beschossen! Der ist tot. Gut gemacht. War sofort tot. Ich hatte auch nur den einen gesehen. Ich glaube auch nicht, dass das das Team war, was wir gerade da oben gesehen haben. Ehrlich gesagt. Ich glaube auch nicht, dass das Team war. Da ist gerade einer mit dem Fallschirm runtergekommen. Unterwegs. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Eigentlich würde ich ja auch gern zum Shop hin. Höre dann. Das sind welche drin? Ja, und dahinter auf der Straße ist ein zweites Team. Die haben uns im Visier, also sehen uns. Ja, dahinter immer noch. Die haben wir! Die Kanate ist raus! Die haben wiederbelebt. Das ist eine Granate! Einer K.O. Wo haben wir jetzt alle hier? Ich habe keinen Ping. Gut. Äh, Susi? Ja? Hol du auch mal eine Drohne, bitte. Gott, hier so offen auf der Straße, so auch assi. Das ist ja alles hier komplett neu. Eigentlich gar nicht. Gibt es für Bernds gar nicht wirklich? Also... Keine Ahnung. Ich habe noch nicht nachge... Also nicht, dass es mir grundsätzlich was sagen würde, als bereits vorhandene Stadt. Aber vollkommen ausschließen würde ich es nicht. Müsste man mal nachgucken. Oder doch mal das neue Stadium angucken gehen. Oder das alte Stadium. Ja, wie auch immer. Verbindete Aufklärung ist online. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Ja, warum nicht? Der sieht halt nicht ganz so modern aus, ne? Ne. Ist ja auch schon ein bisschen älter. Dazu müssen wir mal einen Blick reinwerfen. Achtung, Drohntreibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Da, auf der anderen Seite? Ja, raus. Hier ist mehr Taktik ausgestattet. Feind. Das Gas leitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Ja, sind runtergesprungen, beide. Ja, dann lass uns mal links rum weiter. Da gehen würde ich auch mal gern wieder. Fällt mir gerade so ein. Ja. Ja. Da gehen würde ich auch mal hier. Da gehen würde ich auch mal hin. Ja. 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 Das Gas nähert sich dir. Unser Team ist in der Sicherheitszone. Feindliche Drohne über uns! Jetzt ist er weg, der war geradeaus hier Richtung Südwesten, aber gut 40 Meter weg. Ja, und hier ist auch die rote Krone irgendwo, ne? Vielleicht war es der. Ich glaube, der ist aber zu weit oben. Ich würde ja gerne ein bisschen, ja wahrscheinlich eigentlich sogar eher auf die andere Seite rüber. Vermutlich wird es da ja weitergehen dann. Fahrzeug hinter uns auf der Brücke. Dann, ja, woanders hin. Da haben wir aber angefangen, fahren jetzt aber zurück. Fahren jetzt hier. Jetzt sind sie ausgestiegen. Ja, sind hier drin. Der ist down. Und sofort down. Ja. 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 Da oben drauf war aufm Hospital. Ganz oben. Schnell in die neue Sicherheitszone! Bist du hoch in hier? Ja, ich will mal kurz gucken. Wir haben ein Fahrzeug. weiter zu fahren ja ich wurde beschossen vom haus oben da wo rené gesagt hat ja der ist da auch noch ganz oben ja aber jetzt ist er nach hinten weggelaufen jetzt ist er ganz nach oben gelaufen da wo das schild ist und der dings ist ja aber ausgestiegen der andere hier links von uns der hat wiederbelebt er ist hier hinter der wand ja ja der ist bei dem kauf ding der feind springt über dem gebiet ab einer mit dem fallschirm runtergekommen der aufs dach oben hattet ganz oben auf dem berg sind da habe ich gerade versucht dass mich hier hochgegangen ist ja der ist so weit weg ja dann lass mal reingehen wieder wo ist denn die kiste die hier so nervig krach macht herrlich wenn es so ruhig ist ne ja auf dem dach oben ist da immer noch rené den habe ich jetzt schon eine weile nicht mehr gesehen und auch von links hier habe ich auch nichts mehr gesehen das gas verbreitet sich schnell in die neue sicherheitszone der feind springt über dem gebiet ab und mal drohner bitte hast du noch oder ja ja ich bitte ne ne das war gar nicht ich wollte gar keinen druck machen du erhältst eine ausrüstungslieferung vorne ja hier in der und in dem haus davor auch hier sind auch gerade welche unterwegs die bekämpfen sich auch gerade das sind gerade zwei oder drei also ein habe ich ausgenockt von denen da oben und da kommen welche angelaufen auch noch ja der haut ab wir müssen ein bisschen auf die zone achten ja ich habe einen ping ja gut ist 50 meter richtung hügel das muss einer da oben sein von denen ne der ist hier unten der ist hier ins andere gebäude rein rechts in das rechte von den beiden hat hit hier vorne ist noch einer oh ja ist doch gut der läuft wieder rein in dem gebäude der ist hier drin hier ist noch einer ich werde ihn getroffen ich habe keinen breit katz waff bank sind alle down jetzt oder was weiß ich nicht ich glaube ja wir müssen bloß ein bisschen von rechts aufpassen ja und auf die zone nein und hier ist auch noch eine position ich habe noch zwei pings hier und zwar in dem haus hier ja hat mich einen habe ich noch auf der straße ich bin aber nur noch danke jetzt müssen wir ja rüber sehr kurz eine rauch also die die gerade in der tankstelle waren das war richtig genug ja aber das waren ja auch zwei teams ich glaube die haben sich auch gegenseitig ja aber die sind einfach nur im eck rum gesessen die haben sich gar nicht gewehrt ich glaube die waren hoffnungslos überfordert mit allen ja gut gab aber auch momente wo wir das auffallen bis gleich ich höre mir mal was zu knappe so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir waren nämlich am überlegen, ob wir mitverfahren, aber Stalk hat zu an der Zeit in Wolfsburg. Was machen da Outlet raus? In Wolfsburg, das Designer-Outlet, da ist Stalk mit vertreten und Lind und Kneipp und so. Und das ist dann immer so einmal hin, Kofferraum voll, wieder nach Hause fahren. Weil das Stalk-Outlet, das lohnt sich da echt wirklich. Also wir haben teilweise echt eine große Papiertüte, wirklich richtig, richtig voll, gehen unter 50 Euro daraus. Das ist natürlich... Okay, ich höre soweit. Ich will nicht gerade, ob ich meine Dings noch eine andere Farbe verpasse. Wichtig, ganz wichtig. In pink? Nee, das habe ich leider noch nicht freigeschalten. Ach so, schade. Sonst natürlich sofort. Bevor Fragen kommen, nein. Ab wann ist Musik cremafrei? Ab 75 Jahre, ne? Ist das so wie bei Büchern? Ja. Weiß ich nicht. Muss man sowas wissen? Nee, ne? Nö. Ich dachte, Mecha würde das wissen. Nee. Ja, 70 Jahre verstorben. Wie wär's mit ein paar Zielübungen. Der Einsatz geht bald los. Ja. Nein. ні Der Fein springt über dem Gebiet ab! Auf den Himmel ab! Ja, Magnum Scharfschützengewehr. Ich bin dran, was? Ja. Wie laufintensiv wollen wir es dann haben? Mir ist das egal. Nehmen wir wenigstens was von der Landschaft? Genau. Ne, Susi? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Landschaft Blumen und so. Ja, sind wichtig, hab ich gehört. Ja. Äh, und los. Ich war grad schon wieder mit der Kamera beschäftigt, die schon wieder unscharf ist. Ich versteh das einfach nicht. Achso, ich dachte du hast schon Blümchen gesucht. Ja, von oben. Ja, kann man auch schon mal sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, jetzt. Hm. Kommen da ein paar runter? Ja. Ist doch gut. Ja Cool, nein. Ja. Dann. Wir hören doch einfach mal nach. Hab ich mich direkt. Alles gut. Die nuts und macht mich nur ganz leicht. Jeez цел. Was ist das Besch Und warum beschießen die sich noch nicht, wenn die so nahe beieinander sind? Respekt voreinander. Eine Drohne kann man immer mal mitnehmen. Eine Drohne? Ja. Dann mach doch mal. Da vorne, ne? Weg vor mir. Hab ihn auch schon gesehen. Er ist tot oder K.O. Einer war hier vorne hinter dem Flugzeug. Noch einer, K.O. Er ist down. Geht noch einer? Jo. Oh Gott, hast du mich erschreckt, Susi. Ich bin hier. Schau mal Kopfgeld an, dann sehen wir vielleicht noch einen. Ich habe auch einen Herzschlag-Sensor. Hab aber keinen Ping. Ist doch wahrscheinlich stiften gegangen, nachdem seine zwei gestorben sind. Wirklich. Ich glaube so. Was die schon wieder Waffen haben, ne? Ähm. Ja. Hier drüben ist Panzerung. Danke. Danke. Oh, er ist nicht allein, er ist nicht allein. Das gehört nicht zu denen. Also zu den anderen. Der muss den pushen, Mann. Das Gas, behaltet sich aus. K.O. Macht den Flugzeugträger, steht da. Wer ist K.O.? Rechts ist noch frei. Mehrere Teams. Boah. Aua, 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 aua. So, stopp. Na ja, er hat mich gefinisht. Direkt rechts von dir, Micha. Und hinter dir. Und überhaupt. Oh. Immerhin waren es Deutsche. Ja. Oh, er hat mich gefinisht. Hat er gesagt. Alle in die Sicherheitstune. Sofort. Hat er gesagt, ja? Er hat dich gefinisht. Mhm. Allein dafür würde ich ihm eigentlich gerne aufs Maul hauen. Finished. Macht man das jetzt so? Ja, wenn du die Community ansprechen möchtest, dann ja. Du siehst, der... Achso. Ich wollte ja grad sagen, wo er ist. Ich hab mich gesehen. Da war nicht meine Waffe. Kann ich mich damit rausdrehen? Ja. Schwierig. Ich find schon. Ach, du bist auch schon wieder da, René. Ja. Und warum sind wir so weit voneinander weggekommen? Muss ich da jetzt hinfliegen? Nein. Ja, ich kann aber. Ne, 2000 kannst du nicht fliegen, glaub ich nicht. Aber das war letztes Mal bei uns beiden doch auch so, René. Das Gute nochmal. Treffen wir uns mal so in der Mitte, hoffentlich. Ich glaub ich wird nicht vorher abgeknallt. Ja. 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 Hier ist nix mehr. Geht mal in der Mitte. Ja. 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 Ich war heute den ganzen Abend nicht böse. Ja, warum fängst du jetzt damit an? einmal muss man es sein und warum bei mir jetzt gerade noch war und warum bist du nicht böse bin ich auch immer zwischen warst du gerade scheiße ja war ich ja was war jetzt gerade mit renne und böse nicht vorübergehend ja hier ist aber auch alles schon offen wie ich das hasse was jetzt dass man nicht so einen kleinen eine kleine büschung hochkommt einfach was ich mir die kleinste waffe drin gelassen er landet einer beim bunker ist er gelandet nur eine ich habe nur als einer gelandet er ist obendrauf springt jetzt runter ausrüstung gut und er hat gelacht hast du was musst du jetzt sagen was muss ich jetzt sagen ich habe ihn gefinisht würde ich gerne hören ich habe ihn getötet weil er war ja nicht k.o. also habe ich ihn ja auch nicht gefinisht ach so feindliche drohne über uns oh auch alle schon leer geräumt ja platten wären gut nun wäre gut also von da wo wir her gekommen sind wurde so beschossen ja aber ich sehe jetzt keinen ja gut egal ja gut egal ja je beruf alles leer wurfmesser lag da noch irgendwo von links platten drin sein ja die sind ungefähr 195 bei mir in der hütte ich könnte schon mal um für mich werbung zu machen stork werbung dann immer einblenden damit du dann von dem partner werden kannst genau hättest du gern so ein produkt wie heißt das produkt placement das ist mir zu wenig ich will schon einen richtigen partnervertrag haben meinetwegen dass ich jedes mal wenn ich streame halt was davon esse oder in die kamera halte wäre nicht das problem wäre nicht das problem und was nimmt man denn dafür keine ahnung das sind so eine 250 sind vier packungen sind ein kilo magst du die stork also magst du die wirklich richtig ich esse die gerne ja diese schokoladen vierecke dinger da was nein stork ist doch lachgummi auch die firma ach so das was du meinst sind ja stork riesen und die haben bestimmt noch ganz viele weitere tolle produkte wo ja und haben die dann noch so gehört noch zu dem die neger küsse gehören mit dazu ja ok dann bin ich raus das ist jetzt nicht für dich aber darf man das noch sagen ist das noch politisch berecht ja die schokoküsse schaumküsse entschuldigung schaumküsse ne wo wir sind ja im stream hier ne das musst du schon sehen ja dass René jetzt Ärger kriegt dann Merci Göttu ja ok und ähm ähm denn noch die ähm hier wär echte bonbons ich muss mal grad überlegen welche sind aua 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 ok wird noch hm ich überleg grad was da noch so ist legen wir endlich los toffi 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 ganz wichtig blommensier äh Susi äh öff bin unterwegs Battle Royale ok Soldat markiere einen Einstiegspunkt für dein Team das Gas meiden schnell in die Sicherheitszone ja ich glaube das sind so die die großen Sachen die sie dann immer haben die großen Sachen die sie dann immer haben und los mit auf die mit 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 Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, die können sich doch hier vorne erstmal selber auch alle gegenseitig umbringen, oder? Dann räumen wir von hinten auf. Genau. Mit dem Rest. Die finde ich jetzt nicht so schlecht, oder? Super. Ja, ist gut. Super, ja. Guck, die fangen schon an, sich gegenseitig zu erschießen. Die erschießen sich? Hm? Warum denn? Sind die denn das Wahnsinns, fette Beute? Dein Primärziel ist, dass sie alle zu töten. Feindliche Drohne über uns. Menschen aber auch immer zu so Gewalttätigkeiten. Tätigkeiten neigen. Wirklich. Ja, ich find's auch ganz furchtbar. So, wo ist der nächste Spaß zum Abschießen? Du bist halt hier schon wieder weit weg, ey. Wir sind hier jetzt noch runtergekommen. Wir laufen ja eh gleich wieder nach vorne. Also in die Richtung. Wir müssen ja aufräumen. Wir müssen ja aufräumen. Wo ist denn hier diese Kacktreppe? Ach da. Ja. Kaum zu übersehen. Aber... Ja. Hier. Ach Gott. Das ist bei mir. Sind hier im Haus drin. Ich geh in die Richtung. Oben einer noch. Habt ihr nur den einen? Oder? 2. 2. Okay. Nee, dann... Ich glaub das waren nur 2. 5, 7, 8... Nee, reicht noch nicht. Scheiße. J наг' aus, das geht noch hoch. Einmal dein Algen aus. is hätte so eine große Reise tossed müssen, fņ Habt und bei dir allen fünf Das 10, 10, 20, 31, 30, 30, 31, 30, 31, 31, 41, 31, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 22, 31, 3, 32, 32, 31, 31, 32, 33,asares 서� cy várias. 23,place auf patriarchaale diyorum! Stro. 3, multi- vigilance. Ich hoffe das Ganze? Ja. Ok. $0. jetzt reicht es aber und zwar genau auf So, jetzt gehen wir doch mal gucken, ob wir da ein bisschen aufräumen können, oder? Jo. Feindliches Team verfolgt deine Position. Ja, Mensch. Vielleicht kommen sie freiwillig noch zu uns. Meinst du? Hm. Tanks ist ja da, oder nicht? Da, unten. Feind. Vielleicht geht der wiederbeleben. Hier vorne ist gleich einer. Da dem. Down. Team ausgelöscht. Joana. Der ist down. Roll neighbors. Okay. Okay. Then. Dann. rer. atorys. Da. Jetzt die Frage, hat er sich mit dem anderen da beschossen oder war das ein Team? Nee, das müssen ja zwei gewesen sein. Ja, der erste, mit dem Auto war definitiv allein. Auto und Hubschrauber. Ja, das gehören zum, die uns jagen, wa? Ja, kann sein. Aber die befinden sich da unten erstmal. Einer K.O. Und über uns ist jetzt der Hubschrauber. Ja, der über uns ist, ist der. Ja. Aber die da unten. Aber hier unten, die müssen ja noch da sein. Ja, am Fenster war er gerade. Schießt, äh, auf Dink mit, auf uns. Aber er ist zu dämlich zu. Von wem ist dieser Hubschrauber? Von uns nicht? Nein, von ihm. Wie gesagt, er war zu dämlich. Rechts weg. Er ist rechts da. Hier kommt auch einer. Der umläuft euch jetzt. Hat Hit. Ist jetzt da, direkt rechts von dir, Susi. Links ist auch noch irgendwo einer. Oh, okay. Ich hab ein Kit, vielleicht reicht's, dass ich es mich wieder überleben kann. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Das Gas nähert sich dir. Einer im Haus, einer davor. Jetzt sind beide drin. Dumm. Wir sollten in die Sicherheitszone. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Ziel markiert. Draufhalten. Hier ist Striker 3-1. Alles klar. Luftflag im Anflug. Einschlag. Kein Erfolg. Achtung. Dein Teammitglied wurde besiegt und ist zurück zur Basis unterwegs. Dein Teammitglied. Dein Teammitglied. Dein Teammitglied. Der ist nicht zurück. Dein Teammitglied. Dein Teammitglied ist bis zum Ab practitioner. kann ich zur kiste oder ist da noch action sind hier noch aber ich habe ich getötet jetzt bin ich tot k.o er ist da immer noch ja er ist halt die krone er kommt jetzt zu dir das gibt es doch nicht oder so du hattest ja noch gut also der ist da immer noch ja aber die kiste halt die zone ja 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 links ist auch noch eine versorgungsstation aber gerade wurde er hinter mir geschossen auf mich ja Das Gas breitet sich aus! Ich glaub, der kommt. Mö O. Oh! O.K. Ach! Von der anderen Seite Wo wart Ihr denn? Andere Seite Wint prove 성 že do Vielen Dank. Ja, im 2020er oder wann auch immer das gespielt hat, da waren da nicht so viele Fenster. Da waren mehr zugedeckt mit Platten oder sowas. Ja. Aber wenn so viele Blumen da sind, dann braucht man natürlich auch viele Fenster, ne? Natürlich. Hast du die kräftige Farbe der Blumen gesehen? Wen fragst du das jetzt gerade? Dich? Ja, natürlich. Ja, natürlich. ja ich bin ja ich war jetzt gerade irritiert weil ich ja nach dem dings markiert hatte nach dem gulag für mich er hatte noch nicht mal stimmt gar nicht ja ok soldat markiere einen einstiegspunkt für daten gas nähe jetzt nicht einer position begib dich in die sicherheitszone und los und 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 wir haben auch noch ein bisschen zeit aber also Bunker können nur noch gucken wir sollten in die sicherheitszone und 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 Das war's. Wartest du schon sehnsüchtig? Wollte nicht vorlaufen. Sag doch einfach ja. Steh doch mal dazu dein Gefühl. Ja, sehnsüchtig wäre jetzt das falsche Wort da drin gewesen noch in dem Satz, aber... So, Ausrüstung, oder... Natürlich. Nee, du nicht. Was? Reicht halt nicht. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Du nicht. Nee, dann nicht. Oh nein. Was denn? Was ist denn? Ja, schwarzer Bildschirm. Ach so. Und ich renne dir immer hinterher und dachte du, wo rennst du denn hin? Also bei mir stehe ich. Fahrzeug unten auf der Straße? Ja. Sehr schön. Ja, gleich bist du tot, weil du in der Zone, also außerhalb der Map bist. Ich bin schon raus aus dem Spiel, also ich hab kein Spiel mehr. Ja, ist schon. Na ja. Einmal so am Abend muss das ja sein, ne? Nein, schon. Ich hab dich die Party verlässt. Ich mag nicht mehr spielen, weißt du? Beide da unten auf den Schienen. Einer K.O. Der ist tot. Oben. Nein, oben auf der Treppe. Gott, was ist das? Du behältst deine Ausrüstungslieferung. Da sind zwei noch. Oben einer und unten einer. Die neue Sicherheitszone. Weißt du, wo unten der ist? Ja, der war halt in dem Durchgang und hat seinen Kumpel gelootet. Jetzt kommt noch was von hinten, glaub ich. Boah. Jo, unten ist die Räuche. Ach, ich hab ja einen Herzschlag. Ja, auch noch ein Ping, der ist... Wo ist denn der? Schon bei uns, glaub ich. Du bist das, sorry. Neuer Einstellen, ich bin nicht der Feind. Ja. Genau das. Ah, okay. Bye. 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 Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Das Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereithalten. Uah. Ja, 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 ist doch gut. Hä? Pass auf, da sind wir unten... Ja, da... Soll ich zur Kiste erst? Ja, da sind halt Gegner. Dann komm ich zu dir jetzt, ne? Die sind ja hier alle tot, du kannst ja... Ach so, das wusste ich. So, unten sind jetzt halt welche. Jo. Also, die sind praktisch bei dem anderen Shop da. Unten. Einer K.O. Ah, fuck ey. Der ist tot, da ist aber noch einer. Kannst du mal ungefähr markieren? Jo, ich sehe ihn, da ist in der Garage drin. Links oder rechts? Äh, links. Hat hit. Kann sein, dass er links zur Tür rauskommt. Ne, der ist noch drin. Ist K.O. Junge. Ist down, da kommt noch einer. Der ist irgendwo da gewesen. Ja, da hinten kommt auch was. Wo ist denn der jetzt hin? Komm mal zu dir. Da läuft er auf der Straße, zwei Mann. Sitzen im Auto drin. Der andere ist aber noch zu Fuß, der zweite. Ja, jetzt wird er... Wo ist sie hier, ist eigentlich gar nicht so übel, ne? Ja, außer wenn jetzt jemand halt von hinten kommt wegen der Zone, aber... Ja. Oben im Fenster. Da landet auch einer. Die Treppe runter ist im Mittelhaus unten. Kann sein, dass er hinten rausgeht. Ja, das sehe ich leider nicht. Da ist der Zaun davor. Ne, ist oben. Fenster. Rechts. Unten. Hat hit. Solange können wir hier aber auch nicht mehr bleiben, die Zone kommt dann irgendwo. Nein, dann lass uns doch mal... Da ist doch auf den. Da sind zwei, also scheiß auf die. Wir könnten auch oben durch den Tunnel gehen. Wahrscheinlich sicherer. Das Gas nähert sich dir. Das Gas nähert sich dir. Ich habe gerade ein Assist gekriegt von da unten. Ich glaube, die wurden geholt, die beiden. Bomben scheint erstmal leer zu sein. doch da ist eine er ist k.o. hat er den jetzt geholt oder was er wiederbelebt und geholt war ich habe ihn getötet, ich habe ihn getötet, den fahrzeugführer, ne den beifahrer leider ich habe gerade einen ping gehabt hier vor mir irgendwo ja jetzt habe ich keinen mehr aber hier hat gerade einer auf mich geschossen er ist auf der großen satellitenschüssel ja da wo die krone ist, ne ich brauche sniper munition fuck, wie teuer ist so eine munitionskiste vier, fünf würde reichen ja, komm runter hier sind noch platten ich habe gemacht ja gut da unten war gerade einer nur die zone im blick behalten da oben ja, ich will bloß nicht über die brücke, das ist mir echt viel zu offen ja, da schießt doch schon volles Rohr ja, wir können aber hier nicht runter leider weil oh, da sind aber mehrere ja, komm, wir müssen doch runter ich hatte die falsche Waffe nein gut, ist das bescheuert alter da ok, war ich zu hoch? ah, er hat sie hingelegt, ne? ja ja naja das ist der Gulag überlebe, um erneut ein jetzt bin ich schön hinter dem gelandet und hatte die K in der Hand, ey boah ach, du warst noch gar nicht ja ja hör zu, Soldat wenn du hier gewinnst, geht's wieder an die Front aber wenn du verlierst, geht's nicht auch Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat ja du hast hier alles fertig gemacht, bereit machen für erneuten Einsatz alter, alter, alter ach 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 scheiße ach oh Unterwegs Drei Kisten auf einen Ah wie dumm Komm 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 Ah scheiße Sie haben uns besiegt aber wir werden uns revolvieren Ich spiel nochmal kurz einen rauch Jupp 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 Du bist auch kurz aufgegangen Ciao Vielen Dank. 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 Alles gut. Vielen Dank. Ja? Du hast deine Quote wieder verbessert. Oh. Okay. Ja? Der Feind. Ja? 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 Der Feind springt über dem Gebiet ab, auf den Himmel ab! Ist doch gut. Junge. Das war genug vorgeplänkelt, jetzt für das Ernste. Weißt du, was für die Musik auch gut passen würde für die Hubschrauber? Ja. Hier von Dings, Credence, Clearwater, Revival, Fortunate Son. Kennst du? Sagt mir jetzt nichts, nein. Wer ist eigentlich dran? Ich, ne? Battle Royale! Okay, Soldat, markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Landeszone markiert, wir müssen zusammenbleiben! Ne, sagt mir jetzt nichts. Ja. Ich krieg den Arm an, Link. Und, los! Und, los! Lebensium! Und, Fenway! Bisteminische introductions! Ja. Aber, natürlich. Sch rappelteilец,่al Uhh! Gut bear! meatsutante Rausualde Fre zit, da Bist du bei ihm, Susi? Ja, ja. Er lag auf einmal neben mir. Danke. Er lag dir zu Füßen. Na ja, ob ich... Was, ob du was, ob ich das will oder was wolltest du grad sagen? Ja, aber ich würd schon gerne Antwort hören jetzt, René bestimmt auch. Ja, bitte? Was hast du gesagt? Nichts. Gar nichts. Warte. Dass ich mal fünf Minuten eher... sehen können. Und die fünf Minuten, da waren wir im Flugzeug. Ja. Ja. ja liegt ja in der richtung ja die sind hier oben aufs dach rauch werden die bestimmt sein da würde ich eigentlich ungern hin wollen ich würde jetzt gehen hier eigentlich rechts dran vorbei hast du noch platten warte mal ich hab könnte dir eine geben der zwei geben der ist schon wieder raus kannst du wieder mitnehmen ja vielleicht hätte ich ja hier noch schnell eine jetzt nicht dass ich gerade noch eine beste gefunden habe ich bin denn erstmal versorgt mit platten danke das ist schön wie viele hast du denn jetzt zum wechseln ich habe eine noch mal wo sind die denn die liegt unten ne ja weil ich hier oben halt noch eine gefunden habe also vielleicht sollte ich auch welche anlegen dann könnte hilfreich werden stefan da nicht wieder zu ne um die zeit nicht mehr er hat vorhin aber auch nicht dazu zumindest hat er nicht reagiert heulose tomate die drüben ist panzer um ja und ich habe zwei pings wo einer muss hier im haus drin sein und der andere ich höre schon er kommt das hier weil wo ich bin irgendwo er kommt im ersten links und der andere ist noch hier auf der seite drei pings sind da drin da sein dass sich da zwei teams bekriegen ja einer landet hier unten gerade tot habe ich nur noch ein ping zwei die sind oben auf dem dach kann schon sein hinter mir pass auf die zone auf k.o gut gemacht susi danke erst k.o vermute er hat wieder belebung da ist noch einer lande da ist gelandet habt ihr gesehen da vorne wo wir gerade hingeguckt haben da oben auf dem dach sind auf jeden fall wo du sagst ist auch eine nach unten gesprungen wir hier zwei stück da oben da muss posi wechseln die haben mich auch da sehe ich keinen mehr ganz oben die springen ab der ist da gewesen einer k.o da oben ist jetzt tot die anderen sind weiß ich nicht einer war eben ganz hinten auf dem dach noch hat er drüber geguckt aber der ist glaube ich auch noch hinten weg lasst uns unsere kaste holen auch direkt beim schuppel kopf ist unbenutzt ich habe auch keinen ping verbindete aufklärung ist online ich kann auch einer kaufen so hier liegt ja hier liegt ja eine kiste gut bin ich jetzt hätte ich fast eine kiste gekauft kann man eine noch 300 geben reicht das ihr kauft euch mal wiederbelebung hier susi ihr habt euch beide auch noch eine drohne gekauft ne ja ja schade egal hier ist nur ein luftschlag wenn du gerade nichts in dem slot hast doch habe ich ja deswegen frage ich ja ob ihr ach so da bitte aufklärung drohne erreicht einsatzgebiet probierst du eigentlich der schalldämpfer die k extrem oder du wirst halt nicht mehr so einfach gesehen auf der oder du wirst gar nicht mehr gesehen auf der minimap ja aber so vom schießen her hast du keinen unterschied doch kommt drauf an welchen du nimmst doch das kann schon unterschied machen meistens reichweite und so weil ja eine kiste hier drin so wie kommt man denn jetzt hier am besten rüber die waren wir ja nur auch noch gar nicht ach genau so wie vorher äh susi drohne verbündete drohne ist in der luft radarsuche wird gestartet und dann wir die das der bunke ist aber auch等一下 dort weiß ich euch nicht ichșin nicht so drauf geachtet so brrr eigentlich müssten auch auf die andere seite rüber gleich fürchte ich fertig das also schwimmen geht ja nicht ich nicht da ist man irgendwie ausgebildet da irgendwas und dann das schwimmen verboten sniper links hat keine rüstung ist abgehauen mal kurz den kopfgeld hier ja komm lasst uns weiter ob das überlebt ja und da die bedrohung ist jetzt größer ja das sind die bestimmt das sind zwei ne ja ja ist doch gut mein gott von wo trifft er denn wie kann das denn sein wo sind die denn auf dem dach wo sie vorhin auch waren dann treffen die mich hier hinten ja mit dem sniper ach da rechts ist zwar links aber von mir aus als ich geguckt habe nach oben auf dem dach auch noch feindliche drohne über uns wird meine drohne grad was helfen ne ne einer keine rüstung aber das hilft leider nichts ja ist ja gut das ist mir aber auch zu blöd hier echt ja ja bringt auch nichts aber ist das schlimm dass mir das irgendwie grad nicht so ganz geheuer ist wie die treffen also wie die nein das ist doch wie beim letzten mal oder wo so so ich geh nochmal zum shop und hol mir du hast du noch platten nein hab ich nicht du kannst ja auch platten holen susi du hast jetzt noch ne drohne ne micha ja treffen die immer noch von dahinten wollen die uns verarschen oder was dann wo sind denn der 8er um sind dann mit den feindlichen verfolgern entkommen gute arbeit so endgame das gas kommt ja offensichtlich mit cheater das gefällt mir gar nicht ja aber was sollen wir sonst machen also klar egal es ist mir nicht gefällt heißt ja nicht dass wir es nicht machen ohne starten cool wäre natürlich wenn wir jetzt hier irgendwie reinkommen würden von hier zum beispiel das gab es vorher aber auch noch nicht hier war freuen ja auch der der mit der krone wir sind jetzt hier unterhalb aber kommt man hier auch wieder raus den selben weg wieder reingekommen sind auf jeden fall deswegen sind wir jetzt hier an der zone erst ja ich würde aber gerne ein stück höher damit wir hier nicht nachher durch die zone und so das wäre ja scheiße ich habe keine ahnung im moment habe ich auch keine ahnung das ist das alte gulag oder das gas verbreitet sich schnell in die neue sicherheitszone ihr dürft mich hier nirgendwo aussetzen ne ich finde mich da hinten läuft ja wir gehen jetzt hier auch wieder runter hilft ja nirgendwo also hier links jetzt kannst du mal drohne starten ist eine gute idee verbündete drohne ja links das gas breitet sich aus und wahrscheinlich die auch vom prüsen der ist ohne blickt der 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 dings der springt ab aber die sind jetzt hier gleich dann über uns werden wahrscheinlich auch kommen ich bin gar nicht in der zone ja 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 dann natürlich auch da die lämmer Ach, sorry So, letzte Runde Ja Ja, bin ich dir zuvor gekommen Du wolltest gerade sagen, du würdest jetzt ins Bett gehen Im Endeffekt ja Aber du weißt doch, dass du es immer vorher ankündigen musst, Susi Ja, weiß ich Brauchen wir doch jetzt nicht wieder von Neuem diskutieren Ich dachte, vielleicht klappt das mal, weißt du, so einfach Nee Nicht mal so ein bisschen? Nein Frag doch René, der ist doch der Boss hier Der enthält sich, glaube ich, gerade Wenn der dir Urlaub gibt oder freigibt, dann, ne, was soll ich sagen? Ach, ich muss meinen Urlaub auch bei ihm ankündigen Ja, den hier auf jeden Fall, ja Achso Oder René? Er spricht nicht mehr mit uns 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 Einsatzbereich gemacht. Beine landen im Einsatzgebiet. Ich hätte gerne noch den anderen beiden dazu geguckt, die da das Hopfgeld auf uns hatten. Achso. Weil das war komisch. Das fand ich sehr komisch. Da ist die auch so weit getroffen und so zielsicher. Ich weiß, ob es zielsicher war, aber... Na, die Entfernung war schon groß. Ich habe nicht mitgekriegt, dass da irgendwie mal einen großen Schuss daneben gegangen ist. Ne, stimmt. Wer ist denn dran? Du! Ich! Ich! Du willst ja sein Bett, also suchst du auch aus. Ja, sie hat doch schon das Bett ausgesucht. Außerdem glaube ich, hast du das zuerst gesagt. So. Mit so letzte Runde. Ah. Wo hat es denn jetzt markiert? Ich weiß nicht, kommen wir da überhaupt hin? Dann werden wir jetzt abspringen doch nicht. Dann müssen wir jetzt abspringen doch nicht. Dann müssen wir schnell aus. Begebe dich in die Sicherheitszone. Werden wir sehen. Wenn ich den angeblich komm mal überall hin. Hm. Und los. Da. Wo vorher ein Raketensilo ist, da ist jetzt ein offizielles... Da unten fliegt schon ein Hubschrauber, also manchmal. Ja warum, wenn du gleich vorne irgendwo und dann halt dir einen Hubschrauber nimmst und sofort losfliegst. Das machen ja viele, oder halt ein Auto. Und dann halt in eine Zone oder in eine Region gehen, wo wirklich keiner hinkommt. Haben die es wirklich geschafft, auf den Dings zu landen? Ne, noch nicht. Aber sie versuchen es. Schade hat man nicht gesehen. Hubschrauber bei uns. Der landet. Der ist schon nachher ausgestiegen. Ich habe noch keine Waffe. Jetzt fährt der weg. Ich habe nicht gesehen, ob der wieder eingestiegen ist. Der ist hier auf der Wiese gerannt. Hast du das gesehen, Susi? Ne, ich habe das nicht gesehen. Ich war gerade... Ich würde jetzt vermuten, dass der wieder rein ist und der dann abgedreht ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Gut, warum sollten sie ihn alleine zurücklassen, oder? Ja. Wo ist denn diese Kack-Truhe? Auf dem Dach, vielleicht? Das kann sein. Ne, hier ist keine. Irgendwo ist da noch eine Truhe. Habt ihr noch irgendwo eine MP oder sowas gefunden? Nein. Ja, hier in dem Aus war, glaube ich, noch eine MP drin. Bin unterwegs! Hier ist sie doch. Ich hätte gerne ein Sturmgewehr, oder so. LMG könnte ich dir anbieten. Okay, vielleicht. LMG, locker. Dann nehme ich die MP und du nimmst das Sturmgewehr oben. Das ist ein guter Deal. Wo ist denn das? Ach, da. So. Jetzt war ich wieder nicht in der Munition, ich voll Idiot. Na doch, anscheinend schon. Hier sind welche unten. Beim Shop. Bin in Bewegung. Vergesst das. Feind! Unser Team ist... ... 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 Macht Druck. Wir sind... ... ... ... ... ... ... ... ... Haus rein? Ja. Down? Ne, der geht nicht. Einer K.O. Der andere ist in der Garage nebendran. Alle 3 hier hinten. Wo ist der? Hinter mir. Bei mir direkt. Der ist an der Leiche. Du bist dran, Kumpel. Hab dich bereit. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, war's das. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mist. Ich hab ihn. Ach, ihr seid schon beide da? Ja. Boah, lass mal durcharten. Kannst grad hier runterkommen, René. Boah. Ja, ich werd schon wieder beschossen. Von wo? Von da, also Richtung 13. Feindliche Drohne über uns! Jo, hast du gesehen? Ich weiß nicht, ob der unten oder oben ist. Ich glaub, der war ziemlich dicht. Ich hab bloß keine Waffe. Leider. Gut. Da ist noch einer links. Bei dem Garab... Ne, oben an der Brücke. Wo bist du denn? Kann ich dich wiederbeleben? Nein. Oben an der... Ja, wie soll's dir beschreiben? Ja, der ist zu weit weg, den treff ich nicht. Komm mal hier raus. Ja. Nicht da, du... Nicht wenn der Hälfte von... Sorry. Kann man einer den nächsten Schub anpingen, bitte? Ja, du Schub. Versorgungsstation markiert. Ja, danke. Da ist eine Versorgungsstation! Einspäckung. Da ist eine Versorgungsstation. Ich weiß nicht, ob das klappt mit der Zone dann noch. Mal schauen. Mal schauen. Okay. Der Feind springt über dem Gebiet ab, auf den Himmelsschuss! Ich werde hier getroffen! Kommt das Dach! Geht vorne! Rechts an dem Geländer! Ja, hinter dir! Kommt jetzt! Ist jetzt bei mir vorne! Ja! 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 Gute Nacht zusammen!